Varduzzo, ein Vici-Sohn, stammt von der Familie Lige aus dem nördlichen Chiemgau. Seine Mutter Sissi wurde als Jungrind über Embryotransfer genutzt. Die Großmutter Susi wurde auf dem Zuchtfirmarkt in Miesbach angekauft. Varduzzos Stärken sind in seinem ausgeglichenen Profil zu suchen. Er ist sehr stark in den Milchkilogramms. In Fitness kann er hier besonders in der Nutzungsdauer, in der Fruchtbarkeit und in der Melkbarkeit vollends überzeugen. Besonders überragend ist sein ausgeglichenes Linearprofil in überdurchschnittlichem Rahmen, Bemuskelung, Fundament und Euter. Besonders hervorzuheben sind hier die etwas längeren und dickeren Striche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017